Musik Ich heiße Dennis Hildebrandt, ich bin Fitnessmodel und Kraftsportler. Musik Kraft und Fitnesssport mache ich jetzt schon mehr als 17 Jahre. Ich habe damals angefangen mit 11 Jahren zu Hause mit Kurzhandeln zu trainieren. So habe ich damals Judo gemacht und wollte mich auf Wettkämpfe vorbereiten. Mit 14 bin ich dann übergeschwenkt zum American Football und habe da auch gleichzeitig angefangen im Fitnessstudio zu trainieren. Nach 4 Jahren musste ich verletzungsbedingt mit dem American Football aufhören und seitdem trainiere ich nur noch ausschließlich im Fitnessstudio und betreibe Kraft und Fitnesssport. Mein persönliches Ziel mit diesem Sport ist es, einfach meine Herausforderungen, die ich an mich selber stelle, immer wieder neu zu erfüllen. Und natürlich auch dahingehend einen Körper zu erreichen, mit dem ich als Fitnessmodel weiterhin arbeiten kann. Musik Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, besucht einfach meine Facebookseite Dennis Hildebrandt Fitness. Musik